Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Together bei Aeon mit dem Dü und dem Black Hi Ja, wir sind in der letzten Folge ein bisschen abgekackt Ein bisschen, ein bisschen Haben jetzt hier unseren Noxana-Läufer noch stehen und den müssen wir jetzt erstmal umhauen So, lalalalalala, ja, das wäre ganz schön hochheil Das wäre ja schon was, ich endlich mal geheilt und so So, ich hab dann schon mal den ab Blub, 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 blub Oh, Panzerkettenhandschuhe des Schlachtfels, cool Tee ist Ballahor-Fleisch Wieso braucht man das? Hm, Herstellung Achso Dann kannst du's haben Du hast drauf gewürfelt Ja Aber ich brauch's nicht Na gut Heil mich erstmal bitte Ah, der geht schon, der ist noch laut Na gut Ja Blim, blim, blim So, jetzt wird hier natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger So, ich versuche natürlich jetzt hier die zwei Irgendwas mit der zu machen Schau mal, was haben wir hier Bewegungsunfähig, okay, gut Blub Hier wäre auch so nochmal ein Schlaf, sehe ich gerade Oh Ja Ich kenn mich bei dir nicht aus Oh, oh Oh, 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 lauf, 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 lauf Zu spät Zu spät zu spät zu spät ja ich komme gleich wieder ich habe leider keine red steine sorry nichts kann wenn man einmal was machen lässt ich glaube die kommen hier ganz schön weit hinterher und werden mir fast bis zum einander verfolgung auf gegeben also dasselbe noch mal raus passen und so weiter und so fort dass das mist viel von der seite kam dafür könnte ich ja auch nichts habe es ja gar nicht gesehen so jeder ja danke gut bin schon unterwegs bin schon unterwegs jetzt was machst du mit der wii nix warum kratzt das jetzt gerade ach mit ihr nix kann man machen lassen was denn du rennst immer noch ich kann noch immer also ich habe die mags noch mal akku das leider mein defizit kann lalala so geht es am besten eigentlich fast schon noch wenn er nicht als heiler wir die akkus hier für beiden einverstanden dann ist aber natürlich kein kein der mensch für mich möglich naja als ob du vorher schon mal der mensch gemacht ist und so natürlich gut wo wäre wäre einer lalala lala lala ich mache mal kurz pause immer kurz auf dem klo lalala lala 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 dauert er ewig da gibt es halt auch gute drei prozent pro monstermil das ist halt der andere aspekt der ganze sache bferd halt bacteria und beklangler du kuv again am besten hier du kommst für die ainix machen wir wir und davon jes . glaubant was ich gut so weiter schauen wir mal genau da oben steht ja noch eine 2 ja das war wohl der andere demo geltet haben die dbdm bim bim noxana kämpfer reserve reservist eine gemeine sauber ja richtiges ausschlag ein richtiger nein ein richtiges falsches ziel alles nehmen hier das kannst du haben wozu denn zum essen würde ruhig drauf ich frau es nicht wirklich lande ist auch nur beim mpc aber man braucht halt ich weiß auch nicht für was also man braucht aber zum herstellen ich glaube für 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 kochen oder so was in die richtung so gut herstellen kann ach so nur kann sein da habe ich ja auch alle mal wieder alle fähigkeiten durch oder alle alle aller herstellung wie heißt denn alle alle crafting skills natürlich auch alle für alle charaktere verteilt da ist auch einer dabei der kann gut kochen ist natürlich eine frau du kannst es ja nicht doch ich also ich besser als tiefkühlpizza auf jeden fall schlechter als die für die tiefkühlpizza geht ja wohl auch gar nicht stimmst du was denn natürlich kühlpizza warum denn was ist denn mit einer tiefkühlpizza ja die setzt wieder anderen leuten gerne vor nein ich schwörs ich schwörs du schwörst ja und selbst ja noch mal selbst pizza macht dann dann schmeißt du sie erst vorher an tiefkühler extra damit es eine tiefkühlpizza wird ja so ist das wo wir an die tasten haut wer na du ich kann hier das ja okay wunderschön in der aufnahme finde ich das sehr gut wie ich mich anstrenge dich am leben zu erhalten ja anstrengung so schwach bist ja ich sag mal so ich ich bin ja nur ein 90s spieler wenn das schwach ist ja ich halte schwach zu sein und nun haben wir hier den bus dann halte ich mal ich halte mich gerade ist mir egal du bist nicht so wichtig wie ich glaube nicht so wichtig wie du nennen denn er fast vielleicht ja fast dann wie die darum fiedelt ja mann und leben und absolut unmelodisch so drauf da was denn kennst du wie die haut aber auch ganz schön ja natürlich auch die ganz schön ja dann ja dann Lalalala So ist er fein Warum hörst du das an? Das verstehe ich nicht Ein Gamer Du stirbst Und der Level ab hat dich gerettet Ist auch nur wieder Herstellungsgegenstände Ja auf jeden Fall Na dann So So Okay Was ist das hier ein Ring So Also dieser Ring Magieabwehr 42 Besser als der den ich da drauf habe Ach ne das war ja P wie Profil Jetzt so P Hm Na ja na Okay Schlipf So Ring angelegt Dann Schlipf 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 Oh ein getaunter Gruppenkisk Und zack So Ich kann jetzt gar nichts öffnen Was hier zum öffnen da wäre Habe ich überhaupt was zum öffnen? Ja eine Münztruhe Münztruhe Nicht genug Platz im Inventar Nicht genug Platz im Inventar Schau mal lieber hier runter Schau mal lieber hier runter Schau mal hier Hier runter halt Wo sind hier unten? Und was nennst du mich hier klein kleiner Frau? Mensch Mensch Mädel So Erstmal hier haben wir einen Augenblick Geht gleich weiter Geht gleich weiter Leute Geht gleich weiter Ich muss erstmal hier gucken ob ich hier ein bisschen Platz schaffen kann indem ich Einfach hier irgendwo was binden kann wo ich was binden kann Da freut er sich Geht Dankeschön gleich nochmal oben drauf damit alles weg ist Du hast ja eine Norme unterm Auge Ja natürlich Muss sie so sein Ja ne wenn ich nicht hier gut geheilt werde Hast denn du erwartet? Äh du erwartet? So Haben wir hier drauf? Ich habe einen persönlichen Kisk Cool Habe ich ja auch zwei aber die nutzen meistens nicht viel Aha Weil eigentlich kann man die auch gleich wegschmeißen wenn man das so will Ah zwei haben wir auch bestimmt Lalalala haben wir es jetzt bald? Ich glaube das müssten sie alle gewesen sein Alle mana steinchen die ich hatte Okay Dann erstmal noch was Hier Machen die Truhe auf Pim Okay Gut Bereit 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 Ja immer Gut Dann machen wir mal weiter Ja Bim 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 Mh Bim Da war er tot Also die Rüstung macht mich ja richtig muskulös welche rüstung die ich da anhabe die neue ja ja meine macht mich auch ziemlich muskulös deine mann ich deine mann hier löst warum was ist denn löst weiß ich nicht auf jeden fall muskulös machte dich nicht mein aktuelles stoffurteil betont natürlich die weiblichen rundung jetzt gerne solche rundung ich weiß dass ich das haben wir ja alles schon durch nee lass mal der dita piste hoch ich höre ich mach mal kurz pause der lagen sind den habe ich verloren immer ein stückchen rüber kommt nicht mehr aus dem hier raus rüber von wegen übergehen ich war dahinter und das falter mal um du fisch wenn ich war ja klug 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 juhu warte mal kurz ja bitte erstmal nehme ich eine stige stigmaschärbe mit dann haltet man bitte hoch und dann machen wir auch eine folgende pause okay so leute dankeschön dass der typ mich geheilt hat wir werden jetzt erstmal ein kleines pösschen einlegen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten folge wieder freut mich dass wir hier und bis dann ja da du machst kurz ich mache es lang bis dennne tschö